Julia Stein in Hamburg grüße ich. Sie ist vom Rechercheverbund NDR WDR Süddeutscher Zeitung. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir wollen so eine kleine Bilanz ziehen. Es gibt sehr spektakuläre Recherchergebnisse. Die haben wir in den letzten Tagen vernommen. David Cameron gehört dazu seit gestern Abend und auch die Freunde von Putin in Moskau. Wird da noch einiges mehr passieren? Was ist da noch zu erwarten? Es gibt ja vor allem sehr spannende Reaktionen in dieser Woche. Es ist ja nicht nur Cameron. Auch der isländische Ministerpräsident ist bereits zurückgetreten. Oder nicht auch, er ist bereits zurückgetreten. Die UEFA wurde durchsucht. Ein FIFA-Präsident ist in Erklärungsnot. Gegen einen argentinischen Staatschef wird ermittelt. Das heißt, es ist doch eine hohe Nervosität und sehr viel los weltweit, weil jetzt alle auf diese Ergebnisse auch reagieren. Jetzt muss man sich nur mal die Zahlen angucken. 400 Journalisten ungefähr haben daran gearbeitet. Es gibt etwa 11,5 Millionen Dokumente. Das ist ein enormer Aufwand. Es gibt Kritik daran. Auch nicht nur Begeisterung über die Enthüllungen. Denn man sagt, das ist ein enormer Aufwand. Und in vielen Fällen gibt es ja überhaupt keinen kriminellen Hintergrund. Naja, dass das Geschäft mit den Briefkastenfirmen ein per se legales sein kann, das wussten wir natürlich. Aber dieses anonyme Geschäft zieht eben auch Kriminelle magisch an. Und jetzt ist doch eine interessante Erkenntnis zu sehen, wie Despoten, Kriminelle auf der einen Seite, aber auch ganz normale Staatspräsidenten, auch aus westlichen Demokratien auf der anderen Seite, sich in dieser Welt der Steueroasen zusammenfinden. Ist das, was da im Zweifel zum Beispiel im Falle von Putin und seinen Freunden passiert, dass nämlich der Präsident selber gar nicht betroffen ist, aber Freunde um ihn herum, nicht politisch auch sehr heikel, muss man da nicht im Zweifelsfall bei diesen Recherchen die politischen Konsequenzen, die ja nun sehr weitgehend sein können, mit einbeziehen? Man überlegt immer ganz genau, was man berichtet, gerade wenn es um ein Geschäft geht, was legal ist. In diesem Fall ist es ja eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, dass nämlich Freunde aus dem Umfeld von Putin insgesamt 2 Milliarden Euro durch Steueroasen, 2 Milliarden Dollar durch Steueroasen geschleust haben. Und das ist natürlich auch ein Ergebnis, wo man sich die Frage stellt, warum eigentlich und auch diese Frage haben wir gestellt und darauf haben wir bisher noch keine befriedigenden Antworten bekommen oder warum der beste, ein sehr guter Freund von Putin in diesen Daten drin ist, der eigentlich Musiker ist und dann dort aber als Geschäftsmann mit dreistelligen Millionensummen hantiert. Jetzt muss ich eine Kollegin mal unter uns förmlich fragen. Wir werden in letzter Zeit sehr massiv beschimpft. Unsere Recherchen, unsere Arbeit wird sehr in Zweifel gezogen. Ist das, was da jetzt passiert ist, auch so ein bisschen Genugtuung dafür, was wir an Zweifeln im Augenblick vor allen Dingen von rechter Seite aus aushalten müssen? Also von Genugtuung sind wir, glaube ich, innerhalb hier unseres Teams weit entfernt, weil wir einfach sehr konzentriert jetzt sind auf diese Arbeit. Ich selbst empfinde das als eine schwierige Arbeit, weil es nicht so ist, dass in den Daten die Geschichte selber drinsteht. Man muss sehr genau gucken, was die Daten bedeuten. Man muss sehr genau gucken, was man davon berichten kann. Darauf sind wir konzentriert. Wir sind überrascht von den Reaktionen und der Wirkung, die sie erzielen. Das ist aufregend für uns. Aber ich glaube, Gefühle von Genugtuung spielen da im Moment weniger eine Rolle. Um sich zu konzentrieren, muss man ja auch manchmal vieles andere ausblenden. Aber es kommen auch viele zu uns, die sagen, toll, jetzt habt ihr mal wirklich auch zeigen können, warum es gut ist, guten Journalismus und auch gute Recherchen abzuliefern. Julia Stein in Hamburg, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.